Servus Leute, was geht und willkommen bei meinem Video Ja Leute, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich pranke meine Mutter mal wieder Da ich sie so vermisst habe nach dem Urlaub, werde ich sie mal pranken Und ich werde sie gleich anrufen, Freunde, und sagen Yo Mama, ich will ein Jahr weggehen Mal gucken, wie sie reagiert Viel Spaß Und boah, dieser Ort hier, erweckt Erinnerung in mir heraus Ich werde Grüße an Evie, Bro Auf jeden Fall Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh Oh nein Hallo Das ist heute englisch? Ja Ich bin vor allem in Malen Ja Ich bin froh, dass ich dich vorgelegt habe, wo ich sie wieder Ich bin froh, wo ich vierterkastger� woulde. Und die nur hierin doing. Ich habe nicht balloons, ich habe nicht einen Obf. In dunklen? Ich habe nichtGA hier gesagt, aber ich habe eine neue Zeit, da habe ich eine Eitarie gemacht Bevahe ich das in Italien mit 8 Eitarien? Ich habe eine Eitarie gemacht, ich habe das in Italien gemacht Was ist der Herr, was du? Ich hab das nicht gesehen. Wer ist aus? Nein, ich hab das nicht gesehen. Die Welt sind 13 Jahre alt. Was ist das nicht? Was ist das? Nein, nein! Das ist in der Allgemeine. Wow! Nein, nein, nein! Was ist das? Wenn du sie nicht sagst, dann sagst du sie nicht. Das ist deine Fertigste. Ich bin der Fertigste. Aber du bist der Fertigste. Was ist eigentlich da? Du bist ein Zehra? Du bist ein Zehra. Du bist ein Zehra, und du bist ein Zehra. Was ist das? Du bist ein Zehra, aber du bist nicht so. Das war es gut. Das war er, das war ein Video. Das war das Video! ça sagt you! Das war der Kurier! Das war ich! Was ist das? Hallo? Hallo? Wie? Hallo? Tschüss, tschüss. Tschüss. Oh, 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 oh! Warte, schiff dir mich. Tschüss. Arissa, hat er es? Tschüss, tschüss, das ist es alliher. Arissa, hat er es? Ich werde es alliher. Tschüss. 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 Scheiße, Leute, wie süß die Reaktion von mir. Mit meiner Mutter. Geh mal nicht hin. Ah, richtig süß, ey. Auf jeden Fall, ey, wirklich seid schon recht mit dem, was ich sag. Zurzeit ist wirklich viel los auf dieser Welt. Das ist wirklich so krass, was zurzeit einfach alles passiert. Das ist wirklich heftig, ey. Wie süß, die ist richtig durchgedreht. Hallo, Mom! Yo, Leute, ich hoffe, dass das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und schreibt mal unten in den Kommentaren, wie ihr es fandet. Und, Leute, hättet ihr Bock, dass ich sie nochmal pranke? Ich glaube, ich lasse rausgekommen, sie wirft erstmal so ein Schuh auf mich. Haut rein. Yo, Leute, wenn ihr ihre Reaktion sehen wollt, dann folgt mir doch auf Snapchat und auf Insta. vor allem auf Snapchat, Freunde, denn wenn ich gleich nach Hause gehe, werde ich mal ihre Reaktion filmen und dann könnt ihr euch das noch reinziehen. Also, Freunde, folgt mir auf Snapchat und auf Instagram, wenn ihr ihre Reaktion noch gleich sehen wollt, wenn ich wieder nach Hause gehe. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Macht's gut und haut rein. Ciao.